Servus und Herzlich Willkommen zu einem neuen YouTube Video hier auf eiskalt TV. Wie ihr es bereits im Titel lesen könnt, ist heute ganz besonderer Tag. Nämlich genau heute vor vier Jahren am 04.06.2018 bin ich mit Valentin zum Rathaus gegangen und habe offiziell eiskalt als mein Gewährwagen gemeldet. Vielen 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 Dank an alle Leute, die mich seitdem begleiten, egal ob ihr von Anfang an dabei seid, erst neu dazugestoßen seid. Es ist ein unglaubliches Privileg, das ganze hauptberuflich machen zu dürfen. Der Dank geht natürlich an euch. Viele viele Zuschauer sind dazugekommen, viele sind natürlich auch gegangen, aber ein ganz ganz großer Stammes geblieben. Ich möchte mich bei allen meinen Mods bedanken. Wirklich vielen Dank, dass ihr mich täglich bei meinem Stream, bei meiner Arbeit außerhalb unterstützt. Vielen vielen Dank an alle, die auch finanziell supportet habe. Die Leute, um die es geht, wisst es. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie anfangen, einzelne Personen aufzuzählen, weil ich glaube, dadurch würde ich viele Leute, die es auch verdient hätte, vergessen. An die ganzen Kooperationspartner und Unternehmen, die gedacht habe, jawohl, in den Jungen investieren wir. Wirklich vielen vielen Dank. Vielen Dank an meine Familie natürlich. Vielen vielen Dank an meine wichtige Person, die täglich Geheule anhören musste oder Freude und und und. Es ist wirklich vielen, es ist, in Worten zu fassen, sowieso schwer. Ich möchte einfach wie gesagt Danke sagen. Wer hätte gedacht, dass wir nach vier Jahren hier so stehen, im Summezimmer, mit einer Community, die gefühlt seit vier Jahren bekannt wird. Es ist unglaublich, wirklich, wirklich vielen vielen Dank. Vielen Dank auch für den Support, den ihr mittlerweile auf den anderen Social Medias gebt. Wir sind auf Twitter viel mehr eingestiegen, auf Instagram. Ich weiß, ich sage in jedem Video vielen Dank, aber heute ist wie gesagt nochmal ein ganz besonderer Tag und ich möchte das Ganze auch im YouTube-Video krönen, weil das Ganze hier begonnen hat. Hier hat die Reise mit Valentin, mit den Jungs, mit Sven, mit Lukas und 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 begonnen. Unglaublich. Vielen vielen Dank, dass ich das nach vier Jahren immer noch machen darf. Wie weit das Ganze noch geht, wie lange das Ganze noch geht, wohin das Ganze noch führt, ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur stolz, wie gesagt, an alle, die an mich geglaubt haben und wohin das Ganze noch geht, wissen wir nicht. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, weil dadurch strengt man sich jeden Tag noch viel, viel mehr an. Ich möchte dir nochmal wie gesagt vielen, vielen Dank sagen, dass du das Video schaust, dass du mich auf den anderen Social Videos schaust, dass du Beiträge likest, dass du Beiträge teilst, dass du mein Name publizierst. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Wohin das Ganze noch geht, wie gesagt, weiß man nicht. Ich möchte auf jeden Fall genau bis zu dem Zeitpunkt heute vielen, vielen Dank an dich sagen, vielen Dank an euch und wir werden uns sehen. Wir werden uns vielleicht mit einem großen Thema noch sehen. Dieses Monat findet auch noch mein 30ster Geburtstag statt und natürlich dieses Jahr endlich die Gamescom. Das heißt, wir haben endlich die Möglichkeit, uns mal persönlich zu sehen. Ja, uns wurde es jetzt zwei Jahre geraubt. Vielen, vielen Dank. Abschließende Worte. Kuss, kuss, kuss. Unglaublich. Vielen Dank, dass ich das für euch mache darf, dass ich euch täglich unterhalte darf und auf eine weitere lange Reise, wie es auf Twitter schon geschrieben wird, auf hoffentlich weitere vier Jahre. Euer Kevin Hautrein. Vielen Dank für alles. Ich kann mich nur verbeuge. Ciao. Bis zum nächsten Mal.